Hallo, guten Morgen aus dem Kohlerhof, liebe Facebook-Freunde, ich melde mich heute von der Alpenfabrik 2017 und es ist einfach der absolute Wahnsinn. Heute haben wir ab 9 Uhr ein tolles Frühschoppen, kommt vorbei auf ein Birgel, auf ein Wurzhändl, wir kreiden es auf euch. Tschüss, alles Gute und schönen Sonntag! Und jeder Frau, das Herz gleich bringt, wir reiß wieder auf, wir holen, gleich springen wir sein, so ganz laut.